Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Entschuldigung, aktuelle Kamera. Wir möchten mal fragen, wie hat Ihnen die Vorstellung gefallen, das neue Kino Holzminden? Ich fand es sehr gut. Wie war das Kino? Also ich fand es sehr gut. Es war viel besser als vorher und ja, einfach genial. Dankeschön und noch einen schönen Abend. Wie hat Ihnen die Vorstellung gefallen? Hervorragend. Es ist wirklich perfekt gewesen. Gut, bequem gesessen? Ja. Geniales Bild, also wirklich gestochen scharf. Besser kann es nicht sein als wie. Genau, einfach nur weiter zu empfehlen. Dankeschön. Bitte. In welchem Film haben Sie gesehen eben oder habt ihr gesehen? Godzilla. Godzilla. Und wie hat es gefallen? Es war super. Es war richtig gut. Es ist einfach nur, wir haben ja ein tolles Kino. Die ganze Location ist rüber rum. Ja, es war schön gedämmt. Es ist dann wieder hochgegangen, es ist nicht sofort wieder so hell war. Also ja, sehr gutes Soundsystem, 3D war auch gut und generell fehlt halt. Ja, und der Sitz kommt zwar auch wichtig. Es ist weiter zu empfehlen, ne? Ja, auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, kein Problem. Tschüss. Ach, nein. Wunderbar. Also auf jeden Fall werden wir da nochmal hingehen. Das freut uns. Das wäre sehr gut. Das freut uns sehr. Wunderbar, danke schön, schönen Abend. Also super, das ist total geil, wirklich. Ich sage nur alle Daumen hoch, guckt es euch alle an. Wir kommen auf alle Fälle wieder. Total geil. Ja, gut. Sehr gut. Sie kommen wieder? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Auch begeistert, ja? Ja, danke. Auch begeistert, okay. Ja. Ich muss frei, ihr seht nicht, komm.